Ja, hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu diesem Spiel, zum Demo-Dienstag, nach all der Zeit. Bin endlich wieder da, zusammen mit dem Sunny, der sich da in der Ecke hinschmeißt. Weißt du nicht, wie man steht? Doch. Runter von meinem Kopf. Nö. Verschwinde, du Parasit. Ja, heute, was willst du von mir? Wir sind ein. Ich muss weg. Let's go. In dem Spiel muss man sich, glaube ich, gegenseitig einfach nur fettig machen. So, wie starten wir jetzt das Spiel? Ich will eine andere Farbe haben. Ja, das ist okay. Müssen wir einfach beide einmal drauf klatschen? Nee, da unten rein. Hui. Jetzt komm. So, Scheine gegen Sunny. Wer wird gewinnen? Wer ist das super Stäbchen? Wir sind doch Stäbchen gefühlt. So, was ist jetzt überhaupt mein Job? Beim Start des Spiels ist ein Fehler aufgetreten. Perfekt. Nochmal. Was mache ich mit Abbreidrehung? Das. Ah, du hast dich selbst angebracht. Ach, bitte. Ach, bitte. Erste F-erste F-erste F-punkt dann. Jetzt komm her, Sunny. Fertig. Fertig. Boi. 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 Ja. Boi. 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 Ah, okay. Man hat Sporen-Schutz. Ah, damit wehrt man sich. Okay. Ja. ich will zumindest sehen wir aus wie wirst ich muss sagen die anderen die eine andere arena ist auf jeden fall besser ja ich kenne die ganze reden ja noch nicht ihr habt einfach ohne mich gespielt werde ich auf dem klo war das ist eine lüge ich sehe halt nur dieses pointen also ich kann mir das mit vier spielern richtig chaotisch vorstellen nein das war meteor dank ich hab dich von ganz oben aus aufgebracht passt was zu kommen man jetzt dass ich treffe danke du wirst heute nicht gewinnen ich muss sagen dass ich der dominante von uns beiden bin okay das war das waren die falschen signale die ich den zuschauer gegeben habe ich habe den zuschauer und sowas von die falschen signale gekriegt tschüss nein ich hab auch ärger gewusst ja komm hier ja ich hatte ich ich sag euch der video so jetzt will ich einmal volleyball sehen da gab es nämlich auch so eine volleyball-version zurück zur umkleide so ich hab mein shining blau jetzt komm das ist sogar noch eher shining blau als das andere warum bist du eigentlich in dem grünen strahlend in dem blauen weil es so richtig ist okay mit y baggern ja 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 ich ich raste hier komplett aus der darf keine punkte mehr machen perfekt ja ja okay so hoch kann ich nicht springen muss ich mir merken das war ein eigentor ja ich hab die falsche taste gedrückt ach den kann man auch hochschlagen das ist das pritschen oh nein oh gott das war droht von mir ja 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 das macht der einfach nein das macht es einfach ich hab gehofft er geht höher perfekt ich liebe es du kannst ruhig so weitermachen habe ich nichts gegen ich habe gerade so einen schönen schmetterschlag zum start gemacht ich habe ihn nicht mehr gekriegt nein das war die perfekte taste perfekt geschmittert und jetzt noch einmal schade nein ich habe sie sogar noch gedrückt hallo du musst das ein stand oder hinter uns sieht aber geil aus nein ich habe den da noch getroffen ich habe dich auszusehen gerettet oh nein yeah es war die falsche taste ich wollte schmettern nein danke dass du es für mich warst ja was heißt jetzt oh ich danke dir neue arena neue webarena ohne oh gott ohne netz nein danke okay machen wir noch einmal westling aber eine andere arena bitte ja omega hatte ich auch noch gespielt der hat meine farbe gestohlen moderne kunst ist das was ich noch nicht gespielt habe oh omega ist witzig oh man kann sich gegenseitig ja ich war gerade noch in den einstellungen ach so jetzt sollte warte ein kämen musst du mir gönnen so okay fair enough ja nein ich habe dich im sprung mitgenommen nein hui 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 ja komm her komm doch her wenn du gestorst ja das macht mehr so den gegner einfach zu kurz an weil er sich da nicht selbst umbringt nein perfekt kacke ja ich verstehe auch nicht wieso du mich jetzt nicht umgebracht hast egal jetzt habe ich dich umgebracht hallo ich habe doch gedrehungen gemacht ich glaube die ist genau jemand weggegangen fuck ja wenigstens haben wir beide die selbe tobe idee oh ich hatte angst dass ich das netz gerade treff fuck oh no das hat mich gekauft wir sind gleich geil mann ich muss nicht auch was machen hier was soll das mann ich mag die Mepp nicht das ist toll ja Dominate Dominate du hast nichts gemacht ja du kunst nicht so du hast einen scheißdreck gemacht das war reine Selbstzerstörung das hat irgendwie was von abends die map weißt du die und sie weiß mehr schreien haben gräblich okay das sind richtig nicht wahrscheinlich hat sie ja genauso gut an der seite rausfliegen sag ich doch ja so wer ist jetzt unten ja nein ich will dir nicht ich wollte dich retten der blick vor meinem charakter du musst dich mit der drehung das fliegst runter man diese stummel sprung ich habe dich irgendwie geschoben hallo ich habe den sprung gemacht wenn ich wenigstens mitnehmen würde nein wieso wir hier sind aufgeflogen nein nein perfekt jetzt fliegt er runter ja wir haben noch eine map das hat er spalt ist wahrscheinlich irgendwas in der mitte dass da was fehlt kann ich mir vorstellen und dann noch mal volleyball hey das sieht aus wie die standard map ja vielleicht kommt da ja noch was nein da unten hast du das gesehen da unten das geht auf ja da haben wir jetzt nicht bei jedem kiel wird die map kleiner ich denke mal wenn wir auf gleich sind nicht aber wenn einer führung geht wird das wahrscheinlich kleiner was mich nicht töten um es zu testen ne ich teste das siehst du ja das kann sich dadurch ich wollte passen gucken ob ich durch passe ja jetzt war sich durch jetzt wollen wir das nie mehr testen ich hätte mir einen abgedacht wenn ich jetzt genau da drin gelandet jetzt würde man auch fliegend rein fliegen sag ich doch hallo in die crowd wir sind beide ich habe jeder luft weg geschoben ich liebe es ja ok jetzt noch irgendeine arena die wir nicht kennen dann würde ich sagen war es mit dem spiel war recht lustig ja kommen dann noch einmal aber lieber ohne netz die linie da ist trotzdem sperrgebiet hallo ich habe noch geschlagen der war aber glaube ich zu weit hinten und baggern habe ich gesagt fuck wie oft ich mich wahrscheinlich sensieren muss nein vor allem nicht du kannst nicht mal irgendwie sprinten aber ich kann bei dir einfach rüber warte mal warte mal ey ey das lässt du das lässt du nein ich wogel mich extra schon zu dir rüber ja klar ich bin schon ganz begeistert ja das funktioniert jetzt glaube ich bei dir jetzt gerade auf der linie gelandet ich wollte ich wollte jetzt einfach bei dir da hallo nö meine ja diese war eine schnelle runde ja aber ich hoffe nicht nur deswegen weil ich scheiße bauen wollte aber wir haben uns noch nicht frei das neilgum ja hab sie schon ausgeweht die runde ging nämlich ein bisschen zu schnell also ich bin dafür wenn ich habe schon zum kai gesagt wenn das spiel 5 bis 10 euro kostet ich würde es mir auch ja für 5 euro würde ich mir das spiel kaufen für 10 würde ich es mir auch noch holen aber wenn es jetzt so 15 20 ist das wäre schon zu viel ja ach so wenn ich dich so treffe dann wirst du auch noch umgenietet habe ich nicht Dachneigung ausgewählt bei mir steht wieder spiel gefunden es geht los oh äh dann kurzer skip dann können wir wirklich ein private match machen ja jetzt geht es aber an dieses spiel so leute wieder zurück so und wo ist jetzt diese Dachneigung ach wahrscheinlich dreht sich das da oben wahrscheinlich oh ich bin rechts das ist ungewohnt ne ja ich wollte ihn extra direkt bei dir runterschmettern ohja 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 warte mal achte mal auf das Dach ob sich das irgendwie bewegt weil das Level heißt Dachneigung nein ne bisher noch nicht ich glaube es ist runter gegangen lol 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 mit A kannst du nicht so hinfallen ah ok das schleudert den Ball nicht rüber also an dem Dach hat sich nichts getan es wirkt nur so als ob es minimal kleiner wird also dass es runter geht also dass es runter geht ja mach was mach so weiter bitte ok ne ja das geht es wird kleiner es wird wirklich kleiner ja aber wirklich so minimal war ja auch bei dem Loch so niemals wenn du zu weit vorne bist kannst du sowas nicht mehr aufhalten ja aber hier muss halt relativ gut sein und mit schmettern ist es genau andersrum ah ok es war zu niedrig ich wollte noch schmettern hey kann ich eigentlich nicht zu drüber kann ich nicht oder Mann das Dach ist ja richtig mies gerade du darfst nicht den Ball hochschlagen du kriegst ihn nicht mehr rüber kacke oh perfekt ok Leute das war es jetzt aber auch wirklich mit dieser Aufnahme ich hoffe ihr hattet Spaß beim Zusehen wenn ja Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal und im übrigen wenn euch das Spiel gefallen hat sag mir es in den Kommentaren vielleicht bringen wir es nochmal und wir sehen uns nochmal